Das war's für heute. Wir wünschen beste Bediener und also hier in der Jorn Kreufer, wir haben eine herzlichen Glückwunsch in diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuss und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir überfragen ein Spiel aus dem Online-Saison, sondern der vorzeitige Klassenhalt geschafft werden wird. Könnte ein klasse Spiel werden. Der vorzeitige Klassenhalt, das ist heute das Ziel. Dazu müssen Sie gewinnen, nur der Dreier hilft. Vielleicht wachsen Sie mit dieser Aufgabe. Die bisherige Leistung in dieser Saison war inzwischen. Ballgewinnen, gefährliche Position. So, klasse, Bart. Es geht manchmal um zehn Sekunden. Hier war zu früh dran. Deswegen steht der Platz. Und jetzt haben Sie den Ball. Er steht gut oben auf dem Ball. Ah, sie verlieren, der Ball. Ah, geil. Ja, sie ist hier gut unterstützt. Schön, dass sie sich in der Ball. Vorteil in dieser Situation. Ja, diese Entscheidung ist richtig. Ja, mit viel Übersicht. Klasse pass. Klasse pass. Klasse pass. Weg ist der Ball. Gefährlich, gute Aktion. Die Chance, das ist ein Spiel. Sie machen das Tor. Das Tor, das die Krasner auf dem Ebenen kommt, der immer noch fertig und fastbar lässt ihn für uns ernsthaft nicht richtig werden. Und damit haben wir den ersten Kletcher. Jetzt könnte das Spiel richtig machen. Der Ball ist wieder weg. Schönes Zuspiel. Energischer Vorstoß. Dann verlieren sie den Ball. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Die Gelegenheit für die Flanke. Der Ball kommt hoch rein. Den spielt er hin. Oh, das ist klar. Deshalb muss er natürlich auch ein bisschen Glück haben. Das ist leider gefährlich. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Der Ball spielt er raus. Da verliert er den Ball. Da wäre mehr an der Gelegenheit. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da kommt er sich in den Ball. Das war es. 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 Die Gelegenheit. Da kommt der Pass. Ja, könnte man es herrschen. So, die Schosses. Ja, könnte man es herrschen. Ja, könnte man es herrschen. Ja, da ist er zu stehle Packen. Wir sehen das frühe Pressing. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Die Chance jetzt. Gute Chance. Was für eine Aktion. So, die Aktion, auch verhindern sie das Tor fast für eine Lötungsgabe. Ah, sie verlieren den Ball. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Die geht also nicht hin. Also, die ab перемtwoelt ist die erste Ende vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020